so hallo mal wieder ja ja richtig gelesen und ja ist richtig ein pokémon magazin pokémon das offizielle magazin und ja es ist ein wunschvideo das ist das pokémon magazin nummer drei für rund fünf euro was gibt es an diesem magazin dieses magazin gibt es öfters aber mit zwei verschiedene extras einmal wie ich jetzt schön sagen den schwachen roten ball und einmal den mittleren blauen der pokémon go spielt der weiß was ich meine der schwarz ist natürlich noch besser soll sein 26 zentimeter groß gucken wir natürlich gleich mal wie groß er wirklich ist aber nichts der trotz blättern wir jetzt erst mal in das pokémon magazin herum und ja pokémon go lässt grüßen spiele ich immer noch zwar ganz ganz wenig ich habe ich vergesse sogar teilweise meine tagesaufgaben zu machen aha hier haben wir die enda wie ihr sie malen könnt was ja bastel tipps rätsel spaß hier sind die bücher aber wie gesagt müsste wenn ihr das macht auf pappe das ist papier ist immer so eine sache wisst ihr selber da sind die beiden welle haben wir hier ein poster auch cool foto session oh ein xxl poster warum einmal aufklappen und zweimal aufklappen und glumen schönes pokémon habe ich auch in 100 davon leider nicht entscheidend malen pokémon familie an strand an spiel zum malen merchandising dann was ihr so gemalt habt ich bin nicht drauf dann war es das schon so und jetzt kommen wir natürlich das extra aus diesem magazin der pokémon ball ich sag mal wenn man ins schwimmbad geht oder sowas oder auf der wiese damit spielt ist es wunderbar sind die aufblasbaren bälle immer genial das ist cool klassische pokémon ich sag zum spielen ins schwimmbad auf jeden fall was auf der wiese auch kommt darauf an wie stramm ihr den aufpustet dann könnt ihr natürlich weiter schmeißen aber trotzdem ich finde es war wieder ein extra dabei was man auch nutzen kann ist meine meinung oder was man mir also ich finde das wieder absolut nutzbar muss ich echt sagen aber nichts so trotz schreibt immer in die kommentare wie ihr es findet was ihr davon haltet ich werde irgendwas von pokémon unter das video verlinken sicher bequem auf jeden fall günstig müsst ihr selber schauen mal gucken was ich finde was haltet ihr von ball habt ihr selber vielleicht schon und dann habt ihr vielleicht beide farben aber nichtsdestotrotz ist das allerwichtigste bleibt gesund ihr und eure familien und dann wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu